Herzlich Willkommen zu einem neuen Meditationsabend, zu einer neuen Meditation. Und heute machen wir eine weitere Körperreise. Und zwar, es gibt ja mehrere Körperreisen hier am Kanal schon. Und heute geht es um die Gallenblase, um die Galle, auch um die Gallengänge, dass man da mal durchputzt. Die hängt ja, wie auch die Leber, so mit Stress, mit Aggression zusammen, die Galle. Und heute schauen wir mal, dass wir die harmonisieren. Und dass wir auch so aufgestauten Druck da einfach mal lösen. Es gibt eine Disposition, also für mich gibt es da so eine energetische Verbindung zwischen Wurzelschakra und eben auch der Leber. Wenn man da durchreinigt, dass auch das Wurzelschakra quasi aufgeht, weil natürlich der Stressdruck nach unten abfließt. Und ja, dann wünsche ich mal viel Spaß bei dieser Reise, beziehungsweise gute Erkenntnisse. Und wir werden das jetzt auch nicht alleine machen. Das heißt, wir holen uns da jetzt von oben auch Heilungsenergie für diese Bereiche ab. Dann schließe einfach mal deine Augen und atme mal tief ein. und wieder aus und tief ein und wieder aus und erlaube dir mal in ein Heilungsfeld zu gehen. Das ist wie wenn du auf Kur gehst, in eine Heilanstalt gehst oder auf Urlaub fährst, wo dir einfach alles abgenommen wird und du entspannen kannst. Du gehst also jetzt in eine Energie, die jenseits von deiner Alltagsenergie ist. Stell dir das einfach mal vor, du sinkst ganz tief in die Entspannung und musst nichts mehr erledigen. Du musst dich um gar nichts kümmern. Wenn du das Bild eines Chauffeurs nimmst, kannst du dir vorstellen, du sitzt in einer angenehmen Limousine und wirst genau dorthin gefahren, wo du hin musst. Du hast genug Platz hinten in dieser Limousine und du kannst dich hinlegen oder hinsetzen, wie du möchtest. Und diese Reise, diese Fahrt bringt dich in deine Heilungsenergie. Und zuallererst, dass die Heilung gut durchfließen kann, wird mal Reinigung geschehen. Das heißt, jeglicher Stress, alle Alltagsgedanken, alle Blockaden, alle Glaubensmuster, die dich eventuell jetzt einschränken könnten bei dieser Reise, werden nun transformiert, werden aus deinem System rausgehoben. und du spürst, dass du dich mehr und mehr entspannst. Erlaube dir jetzt auch, deine Beine gut zu spüren. Das heißt, egal, ob du sitzt oder liegst, nimm einfach mal deine Beine auf der Unterlage wahr, wo du sitzt oder auf der du liegst, deine Füße, deine Fußsohlen. Erlaube dir, dass du deine Füße ganz fest und klar verwurzelst. Das heißt, du spürst deine Fußsohlen, wie sie ohne Druck auf der Erde aufliegen und wie du absolut klar und stabil in deiner Mitte stehst. Und diese Klarheit und Stabilität nimmst du dir jetzt auf diese Heilungsreise mit. Stell dir mal die Frage, was wühlt dich denn am meisten auf in deinem Leben? Wo hast du das Gefühl, dass der meiste Stress herkommt? Aus deiner Arbeit, aus deiner Partnerschaft, aus Freundschaften, aus deinen Finanzen, aus deiner Familie, aus deinem Familiensystem? Überlege einfach mal, wo kommt der größte Stress und Druck her? Und das, was dir einfällt, manifestiert sich jetzt natürlich auch auf der Galle, der Gallenblase, deiner Leber. Und es gibt nicht nur systemische Faktoren, die da einwirken. Es gibt auch Lebensentscheidungen auf der körperlichen Ebene. Also wird deine Leber, wird deine Galle vielleicht auch von deinem Lebenswandel belastet. sehr fetthaltiges Essen, Medikamente, Alkohol. Die Leber ist es und ein Giftungsorgan auch. Also sind vielleicht auch Lebensumstände an der Belastung deiner Gallenblase und deiner Leber beteiligt. Und stell dir jetzt einfach mal deine Gallenblase vor, wie sie so bei deiner Leber ist, fast wie ein Luftballon, wo es ein bisschen drüber schwebt. und die Schnur des Luftballons, das sind so die Gallengänge, da wo der Gallensaft quasi dann in deine Leber reinfließt. Und du erlaubst dir jetzt mal diese Gallenblase wahrzunehmen. Und schau einfach mal, schaut sie recht groß aus, klein aus, recht belastet aus, wie empfindest du diese Gallenblase. Und bitte jetzt einfach mal um Heilenergie-Gallenblase. Und ganz wichtig ist, dass du deiner Gallenblase auch die Energieheilung annehmen und zulassen reingibst. also so, dass deine Gallenblase wirklich diese Heilung, diese Heilungsenergie annimmt und auch zulässt und auch umwandelt. Und alles, was deine Gallenblase, deine Galle braucht, um da jetzt wirklich diese Heilung anzunehmen und zuzulassen, das fließt jetzt aus der geistigen Welt ein. Und sämtliche Erschöpfung, Müdigkeit, Stress, aber auch Gallensteine, Ablagerungen werden aus deiner Gallenblase jetzt entfernt, die wird gereinigt. Innen und außen wird deine Gallenblase gereinigt und auch die feinen Gänge für den Gallensaft in der Leber, die wird gereinigt. Die Gänge werden durchgeputzt, werden durchgängiger. Und du spürst, dass ganz viel Stress ist, dass der Galle und der Leber abfließen darf. Und dieser Stress, Druck, alles was deine Galle, Gallenblase, Leber krank macht, dieser Druck fließt durch dein Wurzelschakra aus deinem System. Und vielleicht, während diese Reinigung, diese Heilungsenergie einfließt in deine Gallenblase, in die Leber, vielleicht kommen dir da Bilder hoch. Bilder aus deiner Beziehung oder aus dem Arbeitsumfeld, aus dem Familienumfeld, stressige Situationen, die da gespeichert sind. Und die dürfen sich da jetzt lösen. und spürst mal, wie diese Energien wirklich durch dein Wurzelschakra abfließen. und spür jetzt mal, wie viel Arbeit da auch deine Gallenblase und deine Leber tagtäglich verrichten. Dieses, diese großen, dieses große Entgiftungsorgan. Und bedanke dich auch mal jetzt bei deiner Gallenblase und auch bei deiner Leber für ihre Arbeit. und Belastungen fließen. Eine tiefe Reinigung geschieht. Und entspann dich einfach und lass jetzt mal diese Heilungsenergie, die in strahlendem Weiß in dich einfließt, zu deiner Gallenblase zu deiner Gallenblase, den Gallengang runter in die Leber auch. Und spür mal, wie Regeneration und Heilung einfließt, der Stress abfließt, der Druck abfließt und sich gleichzeitig Abgrenzung manifestiert. Stress und Druck fließt ab und du spürst, wie du mehr und mehr in deine Kraft, in deine Klarheit kommst und auch wieder in deine Selbstbestimmung und auch deine Selbstheilung. Selbstheilung. Spür da jetzt mal so die Transformation und die tiefe Reinigung. Hier und heute, das kannst du jetzt in deinem Inneren mitsprechen, bitte ich darum, dass sämtliche emotionalen Trigger aus meinem Lebersystem und Gallensystem entfernt werden. Alle alten Reizungen, die ich vielleicht schon seit der Kindheit mit mir herumtrage, dürfen sich jetzt transformieren und ich bitte um die Kraft, die Klarheit und die Gnade, eine reine, heile, Gallenenergie, eine reine, heile, Leberenergie in meinem Leben zu manifestieren und alles, was dem im Wege steht, wird nun gelöst und fließt ab und spür jetzt mal den Fluss der Heilungsenergie in deiner Galle, deiner Leber und atme mal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus und und spüre jetzt, dass der Weg der Heilung deiner Galle und deiner Leber, der Gallensäfte, der Gallengänge ganz klar vor dir liegt und auch dass du auf diesem Weg der Heilung bist und alle Einschränkungen und Kränkungen und auch Stresssymptome deiner Leber, deiner Galle fließen nach hinten ab und nach unten in die Erde ab und du gehst jetzt nach vorne ganz bewusst in die Heilung deiner Leber und auch deiner Galle und jetzt atme mal tief ein und wieder aus und spüre wie sich ganz viel Druck aus Galle und Leber löst und spüre die Gnade der Heilung und deine innere Zufriedenheit deinen inneren Frieden Atme nochmal tief ein und wieder aus und dann bedank dich bei der geistigen Welt für die Unterstützung und komm dann in deinem Tempo ins hier und jetzt in diese Zeit in diesen Raum zurück streck dich mal durch bewegt deine Arme und Beine und dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins hier und jetzt zurück wie ist es dir bei der Meditation gegangen wie fühlt sich es an du kannst unterstützend übrigens es gibt mehrere Körperreisen hier am Kanal aber auch unterstützend mal die sensiblen Körpersysteme machen da habe ich eine Playlist am Kanal wo du eben nochmal Nervenbahnen und sowas auch durchputzt das könnte da helfen weiterführend und sonst schreib mir einfach in die Kommentare rein wie deine Erfahrungen sind abonnier gern den Kanal teile das Video lass mir einen Daumen hoch da und wenn du mal eine energetische Sitzung brauchst oder noch mal intensiver reinarbeiten möchtest bei deinen Themen kannst du dir natürlich gerne einen Termin bei mir vereinbaren aus dem wunderschönen Linz alles Gute bis nächstes Mal dein on le vernie tschüss